Grüße euch auf meinem Kanal, mein Name ist Teddy. Heute geht es um XRP und deren utopische Preisvorstellungen, die gewisse Leute so im Kopf haben. Aber ist auch kein Wunder, weil bei den ganzen tausenden von Nachrichten, die überall rumschwirren, ist es auch ziemlich schwierig, vor allem für die Neuen da ein bisschen noch den Durchblick zu haben. Ich bitte euch aber vorher noch, ein Like da zu lassen, vielleicht einen Kommentar, das Abo, die Glocke da zu lassen und auf alle zu klicken, damit ihr auch jedes Video dann immer mit Benachrichtigung bekommt. So, die Infos kommen jetzt nach dem Intro. Bevor ich dieses Video beginne, möchte ich aber noch sagen, das hier ist kein Hate Video, kein XRP Hate Video, sondern wirklich nur eine kleine Aufklärung meinerseits, beziehungsweise nicht Aufklärung, sondern ich möchte halt einfach neue Leute auf dem Markt da ein wenig schützen von dem extremst übelsten Hype, der da betrieben wird teilweise und irgendwelche utopischen Preise von 100 Dollar oder 2000 Dollar, was ich schon alles gesehen habe, mal ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen. Und zwar nicht, weil ich das Projekt nicht gut finde oder weil ich denke, das ist Shit oder sowas, überhaupt nicht. Es hat sehr wohl seine Berechtigung, definitiv, da bin ich wirklich mit jedem, der XRP besitzt, ist alles gut und recht. Aber wieso, dass ich das ein bisschen anders sehe, zu diesen Preis Predictions, die da so rausgehauen werden, werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Wenn wir uns jetzt anschauen, den XRP Preis, der ist jetzt momentan bei 47 Cent. Die erste Frage, die sich mir stellt, die Community, die ist unheimlich riesig. Die ist wirklich wahnsinnig riesig und steht auch dahinter und wirklich, es gibt selten so eine Community wie bei XRP. Gar keine Frage, das ist mal ein Fakt. Aber ich frage mich halt auch einerseits, kommen wir zum Punkt 1, etwas, das so extrem auf der ganzen Welt überall gehypt wird und sich monatelang einfach als Stablecoin durchgesetzt hat, ist irgendwie in meiner Welt halt einfach, ich weiß nicht, so hat es halt ein bisschen angefangen mit der ganzen Geschichte. Dann ging es halt weiter, dass die Preis Predictions kommen. Ja, aber wie kommen die Leute auf diese Preise? Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich haue mal einen Würfel irgendwo hin und schaue mal, was der für eine Zahl hat oder ich kann mir das anders nicht vorstellen, weil das einfach total übertrieben ist. Wenn wir jetzt mal schauen, XRP hat momentan einen Circulating Supply von 49 Milliarden Coins. Also ist schon eine Menge, aber es sind ja nicht 50 Milliarden, es sind ja 100 Milliarden. 100 Milliarden. Okay, jetzt kommen Leute und sagen mir, ja, aber wenn das überall angenommen wird, wenn das überall läuft und so, das wäre für mich genau die gleiche unlogische Sache, wie wenn ich sagen würde, die ganze Welt kann jetzt mit Schweizer Franken bezahlen, beziehungsweise will jetzt auf der ganzen Welt mit Schweizer Franken bezahlen. Ich weiß, es geht ja nicht um eine Währung, sondern um eine Möglichkeit, die Transaktionen zu tätigen. Ist mir schon klar, aber ich sage nur, es ist genauso unlogisch für mich in meiner Welt, dass es halt so kommen wird. Auch wenn die Adoption wirklich eintreffen sollte und es wirklich viel genutzt wird, okay, dann wird der Preis sicher steigen. Aber auf gar keinen Fall auf 100 Dollar, definitiv nicht. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, ganz viele Leute haben dieses Projekt schon sehr, sehr früh eingekauft zu sehr, sehr günstigen Preisen. Und nach dieser langen Durststrecke denke ich nicht, dass es alles Hardcore-Hodler sein werden und ihre Coins einfach mal rumgammeln lassen, wenn der Coin auf 2 oder 3 Dollar steigen sollte. Also, demzufolge wird er da sicher wieder stark abverkauft, wenn da der Punkt erreicht werden sollte. Dazu kommen wir, dass eben noch 50 Milliarden von diesen Coins noch gar nicht im Umlauf sind, beziehungsweise das wird ja vorne zu wieder in den Markt gegeben. Wenn jetzt diese 100 Milliarden drin sind, bräuchte es halt einfach massiv Geld, dass es einen richtigen Wert erzeugen würde. Gehen wir jetzt mal zum realistischen Punkt hin, machen wir das einfach mal rechnerisch. Das heißt, wir nehmen jetzt mal eine, in Anführungszeichen, eine Marktkapitalisierung, die jetzt nicht vorhanden ist, die wir jetzt einfach mal zur Verfügung stellen. Würden wir jetzt mal, schauen wir mal den Bitcoin an. Der Bitcoin hat ja jetzt eine Marktkapitalisierung momentan von 374 Milliarden. Der XRP hat im Moment eine Kapitalisierung von 23 Milliarden. Also, wie ihr seht, das sind schon ein paar X dazwischen. Jetzt hat der Coin hier, der XRP hier, 47 Cent mit 23 Milliarden. Jetzt geben wir dem mal den Wert von Bitcoin, sagen wir 374 Milliarden. Das wäre ein Riesenkapital, Riesenkapital. Dann wäre der Coin auf 7 Dollar, 7 Dollar, 20, 30, 40. Also so, plus minus 7 Dollar. Bei einer Marktkapitalisierung von 374 Milliarden. Bei 100 Dollar könnt ihr euch das selbst ausrechnen, wie das wäre. Würden wir jetzt mal eine realistischere Menge an Kohle nehmen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal den Binance Coin, der hat 44 Milliarden. Ist für mich schon für den Anfang schon mal realistischer. Dann wären wir dann knapp bei 90 Cent. Also, ihr seht selber, das meinte ich. Es ist nicht meine Absicht hier zu sagen, boah, das wird nie steigen oder so. Oder bleibt immer ein Stablecoin. Das ist nicht der Sinn des Videos. Sondern ich möchte halt einfach darauf hinweisen, dass so viele neue Leute, die in den Markt gekommen sind, die sich noch nicht so auskennen, da jetzt wahllos Geld reinballern, weil irgendwelche Leute da rumschreien, das wird bald 500 Dollar sein. Das ist, es tut mir leid, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ist in meinen Augen einfach Bullshit. 500 Dollar. In meinen Augen wird der niemals 500 Dollar wert sein. Aber es ist wie immer meine Meinung und jeder von euch hat natürlich sein Investment so getätigt, wie er davon überzeugt ist. Das ist auch gut so. Jeder soll das tun, wovon er überzeugt ist und nicht das, was ein anderer sagt. Ich bin trotzdem und bleibe bei der Meinung, dass XRP niemals 500 Dollar erreichen wird. Bin ich der Meinung. Die muss man mir lassen. Ich lasse euch ja auch die Meinung. Und jeder, der das halt investieren möchte, kann das ja tun. Aber dennoch bin ich halt der Meinung, dass wenn der Neue in den Markt kommt und so eine Nachricht hört, boah, XRP to the moon, 500 Dollar, der wird jetzt alles wegknallen, kann das halt schon dazu führen, dass man halt da wirklich Fono kriegt als Neuling und da wirklich Kohle reinballert und vor allem zu spät reinkommt. Ich meine, Leute, die den Coin gekauft haben, mit ein paar Cent. Also, die machen ja, auch bei 3 Dollar machen die ein Mehrfaches an X und denken sich dann ja, okay, schön für mich. Weil die werden ja auch wieder auscashen. Dann geht es auch wieder nach unten. Und klar geht es wieder nach oben, weil es wieder aufgekauft wird. Das ist ja alles logisch. Das ist ja halt auch der Markt. So soll es ja auch sein. Aber wie gesagt, diese Preise, ich bin da wirklich weit weg von. Also, meiner Meinung nach, wenn der Coin 3 Dollar erreicht, 3,50 Dollar, bin ich der Meinung, dass dann schon mal grenzwertig wird mit dem Steigen. Ich kann mich aber auch täuschen, wenn er vielleicht auf 5 Dollar. Aber ich denke nicht, ich denke wirklich nicht, dass der mehr als 5 Dollar erreichen wird in diesem Bullrun. werde ich, er könnte mich gerne dann darauf hinweisen, du hast gesagt, das ist, ja, meine Meinung habe ich geäußert. Ich hoffe für diejenigen, die welche haben, dass es halt höher kommt. Ich gönne es jedem. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht passieren wird. Ja, so viel meine Meinung dazu. Im Allgemeinen möchte ich aber noch sagen, die ganzen neuen Leute, die jetzt hier zuschauen, bitte macht eure Research auch. Schaut nicht einfach nur Videos und kauft irgendwas nach, was irgendjemand sagt. Oder nur, weil es 1000 Videos davon gibt und jeder sagt, boah, das ist geil, das müsst ihr kaufen. Weil es ist eure Brieftasche, es ist euer erarbeitetes Geld und das Geld auch, was ihr verlieren könnt. Deswegen, bitte lest nach, was ihr könnt. Holt euch verschiedene Meinungen. Es gibt zig YouTuber. Holt euch Meinungen von verschiedenen und hört zu und bildet euch eure eigene Meinung. Wenn euer Know-how nicht so weit ist, dass ihr jetzt halt die ganzen Fachbegriffe, Partnerschaften und so verstehen könnt, könnt ihr wie gesagt ja auch auf YouTube nachschauen. Aber schaut selber ein bisschen, wer vertrauenswürdig wirkt oder wer einfach jeden Tag irgendein neues Produkt bewirbt und alles für gut befindet. Seid da einfach vorsichtig, weil mit dem, was die einen Geld verdienen, werdet ihr Lehrgarten bezahlen. Deswegen mein Tipp an euch, bitte genug informieren, cool bleiben, überlegen, Plan machen, wie möchte ich investieren, wann möchte ich auszahlen, alle solche Punkte sich ein bisschen bereitlegen und man dann ein bisschen lockerer an die Sache reingehen kann und nicht einfach nur blind kauft, weil es irgendjemand im Video gesagt hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein Like wäre nicht schlecht, ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren. Bitte auf alle, weil viele schon gesagt haben, sie kriegen die Meldung nicht. Das ist, weil ihr bei der Glocke auf alle klicken müsst und nicht einfach auf das Mittlere, weil dann kommen nur ein paar Angepasste. Einfach, wenn ihr jedes Video sehen wollt, das hochgeladen wird und ihr benachrichtet werden wollt, bitte einfach auf alle klicken und dann passiert das. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.